Oh mein Gott. Ich bin ziemlich nervös. Die Sache ist absolut abgefahren. Du bist so schön. Hattest du eine Vision, die dir gesagt hat, hilf einer traurigen Frau in einem Land am Arsch der Welt? Hallo, Hübsche. Wer sind Sie? Ich bin Nigel. Und du? Nigel war mein Mann. Nein, Charlie. Nicht wahr. Ist. Und das, bis der Tod uns scheidet. Wir sind die Welt. Ja, das war's dann. Hi, Charlie! Stehst du auf Ecstasy? Die Frau, da ist nackt. Entschuldigen Sie, ich suche Gabi. Du denkst, du liebst mich? Ja. Ich hatte gesagt, wenn du mich findest, werde ich dich küsse. Wenn du es so lange, du noch kannst. Gott weiß, wie schnell sich alles im Blut verwandeln kann. Hast du eine Vorstellung davon, was für ein Mensch ist? Ich hatte eine ziemlich genaue Vorstellung davon. Für mich zählt das uns. Ich hab das Video. Also bestimme ich. Bist du verliebt? Bist du Teil von Irgend, sondern die drei Tage ist auch nur scheiße? Wo ist deine Wasser? Ich habe sie nicht. Wer lässt dieses Haus nachgehen? Ich hoffe, dass du nicht vor die Hunde gehst. Wenn, dann für die Liebe, um cooler Weg zu sterben. Ich habe sie nicht.